Jetzt prove ich den Stolper-Point-Chat. Stopp, jetzt ist Ruhe. Erstes Date. Ihr geht Tennis spielen im Park. Erstes Date, ihr geht Tennis spielen im Park. Okay? Erstes Date, ihr geht Tennis spielen im Park. Sie schlägt so. Sie macht das. Nee, das ist auch nicht. Ich wäre raus! Ich wäre raus! Versteht ihr, was ich meine? Und auf der gleichen Ebene erwarte ich das auch von ihr. Wenn ich es so mache und keine Feinmotorik zu erkennen gebe, soll sie rennen.